Hallo Leute! Hi YouTube! Es fängt hier gerade an zu regnen, aber das soll mich nicht abhalten. Es gibt hier ein Unboxing. Ich sag noch nicht, von wem das Paket ist. Wenn ich das Paket aufmachen werde ich dieses Paket. Das ist ein Victorinox. Ein Geschenk meiner Schwester. Einer meiner Schwester. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Ding hier aufregen. Das ist auf jeden Fall schon wieder viel mehr drin. Schöne Karte. Wie hier ist es? Schöne Karte. Und dann schauen wir mal. Wow! Maxi-Paket. Das müsste ja für die ganze Reise reichen. Und ja, das habe ich fast vermutet, dass sowas mit dabei ist. Für meine liebe Maya. Ganz toll. Danke, lieber Freund und Spender. Maya wird begeistert sein. Die kommt gleich mal was. Und... Ja, jetzt kann ich es ja sagen. Dieses Paket ist von Dirk. Knife. Knife is nice. Knife is knife. Knife is knife. Er hört ja auch mit diesem Kanal. Knife is knife. Hat einen neuen gegründet. Und... Ja. Das passt. Es geht ja bald wieder los. Wow! Das ist wirklich ein Reisenmesser. Das kommt genau zur richtigen Zeit. Das und mein kleines Victorinox. Das wird meine Messer sein. Floßbau hin, Floßbau her. Ja. Vielen, vielen Dank, Georg. Du machst mir eine große Freude damit. Es war kein Wig. Ein Wenger. In der Freistadt. Wo kriegt das zu? Ja. Wow! Das passende Messer zur passenden Zeit. Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Mit einem neuen Kanal. Ich habe mir vorher gerade das letzte Video angeschaut. Vom Bodensee. Lindau, denke ich. Was heißt, denke ich? Es war Lindau. Ja, schon schön. In der Bodensee. Mir fällt jetzt eigentlich gar nichts mehr ein. Außer, dass ich Maja rufe. Maja, komm her. Guck mal. Guck mal, was ich hier habe. Guck mal, was ich hier habe. Das ist ganz fein, das Mädel. Das machen wir natürlich hier mit auf. Wow. Wow. Ein Leckerlis für die Maja. Von Dirk. Riechenfüttel. Riechenfüttel. Ja, und der andere? Ja, so ist das. Guck mal. Ja. Danke nochmal, Dirk. Wirklich. Es kommt von Herzen. Danke. Alles Gute dir. Traumtänzer. Bleib geschmeidig. Auch wenn es schwerfällt manchmal. Tschau. So feine Sachen an mir. So feine Sachen an mir. Ich mache mir. So feine Sachen an mir. Und wenn es die Töne war, schausch und die Töne. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's.